Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land für euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus dem neuen Raid uns erspielen können. Und zwar habe ich hier schon den Ruhestein. Ruhestein der Flamme heißt das Ding. Und das bekommen wir von dem neuen Raid, Amir Drasil, Hoffnung des Traums. Und dort von dem Boss, Laroda, Bewahrer der Flamme. Und das droppt anscheinend im Normal-HC und im Mythic-Modus. Ich hatte ein bisschen Lack, im ersten Run habe ich das tatsächlich gekriegt. Gier habe ich nicht sonderlich viel bekommen, aber zumindest den Ruhestein hier. Der soll anscheinend relativ häufig mit dabei sein. Ein Spieler im Raid kann den quasi gewinnen. Ist jetzt hier auch als Bonusbeute drin, seht ihr hier bei dem Boss. Und da wird auch ganz normal drum gewürfelt, wie auch um quasi alle anderen Items. Ich schätze mal, jetzt am Anfang des Contents werden da noch alle drauf rollen. Aber es wird irgendwann den Punkt geben, wo die meisten Leute das Ding haben. Also ich schätze mal, dass es dann irgendwann nicht mehr so krass selten sein wird. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das Ding mal an. Ruhestein der Flamme. Und das haben wir dann einmal hier. Und das ist einfach ein ganz normaler Ruhestein. Und ich hoffe mal, der hat einen coolen Effekt. Jetzt schau... Oh. Okay. Doch, mehr Effekt als ich dachte mit so Feuerfontänen. Schade, dass es immer das gleiche ist, dass immer nur die Fontänen hochgehen. Aber es sieht schon sehr cool aus. Vor allem diese flammenden Hände und der Bodeneffekt auch. Ja, doch macht was. Obwohl, es geht immer weiter zusammen. Es startet außen und kommt immer näher. Das habe ich jetzt erst gesehen. Also ist ein cooler Ruhesteineffekt. Ist auf jeden Fall ein Hingucker. Gut. Ja, mehr kann ich euch jetzt aktuell zu dem Ding nicht sagen. Hat irgendwie das gleiche Symbol wie hier dieser andere Ruhestein. Sehe ich gerade, den man vom Sonnenwind festgekriegt hat. Also Blizzard ist jetzt hier vom Designen der Symbole nicht sonderlich inspiriert gewesen anscheinend. Aber nichtsdestotrotz hat er einen coolen Effekt. Und ja, zu der Dropchance, wie gesagt, kann ich euch jetzt leider noch nicht viel sagen. Auf WoW Hatch steht dazu noch nichts. Aber ich hatte ihn bei dem ersten Run, wo ich drin war, drin. Und ich habe auch von manch anderen gehört, dass es bei ihnen auch drin war. Schätze mal, die Dropchance ist nicht so schlecht. Aber ihr müsst halt mit den anderen Leuten drum würfeln. Jutti, das war es eigentlich mit dem kleinen Toyguide. Hat mich gefordert, dass er dabei war. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.